Phonostar Die deutsche Radio-App Phonostar ermöglicht den Zugriff auf über 6000 Webradiosender. Es gibt eine deutsche Top 100-Liste, die sich durchsuchen lässt. An Bord des Flugzeugs soll auch ein Eishockey-Team gewesen sein. Mittlerweile 16.02 Uhr und wir sagen Ja zu deutschem Honig. Zu jedem Sender gibt es Zusatzinformationen, man kann die Sendung abspielen und als Favoriten markieren. Gut gefallen uns die redaktionell erstellten Programm-Tipps, die auf interessante Sendungen aufmerksam machen. Umfangreich sind die Infotexte zu den empfohlenen Sendungen. Man kann sich zudem an eine Sendung erinnern lassen. Diese Funktion muss man allerdings gegen eine Gebühr von 80 Cent freischalten. Das gilt auch für eine Aufnahme- und eine Pausenfunktion. Eine Suchfunktion ist integriert, mit der man etwa die Programm-Tipps nach Schlagwörtern durchsuchen kann.